Willkommen zum letzten Vortrag in diesem Track von Sven Gekus, der uns heute was über die Ansätze zur Lokalisierung einer OpenStreetMap-basierten Weltkarte erzählt. Und ich hoffe, sein Vortrag ist auf Deutsch lokalisiert. Sven, bitte. Ja, das hoffe ich auch. Also wer mich nicht kennt, ich glaube, ich bin so einigermaßen bekannt im OpenStreetMap-Umfeld. Ich arbeite beruflich an Fraunhofer IOSB in Karlsruhe und als Sysadmin, Betreuer war auch ein paar GIS-Server. Bin so der Spezialist für Linux Allrounder. Und in meiner Freizeit kümmere ich mich eben um deutschen Kartenstil. Und gerade bei der vorliegenden Arbeit hatte ich jetzt tatsächlich das Privileg, dass ich einen Teil von meiner Arbeitszeit dafür verwenden konnte, weil das gerade dem Projekt ganz gut gepasst hat, auch dieses Thema. Deshalb habe ich da jetzt mal so ein bisschen mein Arbeitgeber auch noch erwähnt. So, fangen wir mal an. Wie ist die Ausgangssituation? Was versuche ich überhaupt zu lösen? Welches Problem? Das Problem, was ich zu lösen versuche, ist, wenn wir bei OpenStreetMap gucken, da kann man nochmal zurückgehen. Wenn man da jetzt zum Beispiel sich mal Jerusalem anguckt, da sieht man also, dass man eben normalerweise als westlicher Betrachter auf der linken Seite eben nichts lesen kann. Und das ist so die Ausgangssituation für die normale OpenStreetMap.org. Und da habe ich gemeint, als ich da mit dem ganzen Thema angefangen habe, lass uns das doch mal so machen, dass man das irgendwo lesen kann als westlicher Betrachter, der normalerweise nichts anderes kann als lateinische Schrift. So, wie sieht es aus? Zum Glück haben wir jetzt bei OpenStreetMap tatsächlich in ganz vielen Objekten bereits internationalisierte Namen drin. Das geht mit dieser Konvention da. Name, Doppelpunkt, eben entsprechend Sprache. Und wie heißt das ewige Land auf dieser Sprache? Also bei den Ländern ist das meines Wissens komplett vollständig. Also bei allen Ländern, die in OpenStreetMap erfasst sind, sind da bereits die entsprechenden lokalisierten Namen in den gängigen westlichen Sprachen drin. Wie man jetzt zum Beispiel rechts sieht, da würde man natürlich nicht das Hebräische rendern wollen oder zumindest nicht ausschließlich, sondern eben das Name.de noch mit dazu nehmen. So, das ist eine interessante Grafik, die stammt aus der Wikipedia. Das ist sowas, was gibt es auf der Welt für Alphabete und Schriftsysteme. Und wenn man da mal wirklich viel erschlagen, die Schriftvielfalt in Südostasien und Indien, die hat man da natürlich noch nicht, aber ansonsten hat man schon relativ viel. So, also was man eigentlich möchte, das ist jetzt ein 1 zu 1 Ausschnitt aus der normalen Kato-Stil, aus dem internationalen Großraum Moskau. Man kann, also man kann sehen, dass man nichts erkennen kann, dass man also kyrillische Schrift verstehen muss und meine lokalisierte Variante davon würde jetzt zum Beispiel so aussehen. Also Ziel ist sozusagen von der ganzen Aktion, die Karte soll jetzt für westliche Betrachter einverlesbar sein und wann immer das möglich ist, hat der Mapper recht. Das heißt, wir holen die Daten aus dem OpenStreetMap-Datensatz selber. So, und wenn jetzt die Daten im OpenStreetMap-Datensatz nicht drin sind, was machen wir dann? Dann müssen wir irgendwelche anderen Techniken verwenden und da nehmen wir halt dann Transkription oder Transliteration. Was da der Unterschied ist, erkläre ich gerade dann auf einen der nächsten Folien. So, wie habe ich das implementiert? Ich habe das als PostgreSQL-Stored-Procedures implementiert. Das hat den ganz großen Vorteil, dass es im Prinzip nicht vom Renderer abhängt und dass es aus diesem Grund, wenn PostgreSQL die Quelle ist, natürlich auch selbstverständlich für Vector-Tiles und dergleichen funktionieren wird, weil ich kann, ich hole ja die Daten aus der Datenbank, die Lokalisierung ist in der Datenbank implementiert, also kommt da bereits ein lokalisierter String raus für das, was ich dann darstellen will auf meiner Karte. Ob ich das jetzt als Vector-Datensatz darstelle oder normal klassisch Render, ist dann im Prinzip egal. Dieser Vorteil ist natürlich gleichzeitig ein Nachteil, wenn ich mich jetzt entschließe, die Daten, OpenStreetMap-Daten irgendwie anders zu verarbeiten und keine Postgis mehr verwende, dann kann ich das halt so unverändert nicht verwenden. Dann kann ich zwar die Verfahren und die Vorgehensweisen gegebenenfalls übernehmen, aber nicht mehr den Code. So, was habe ich gemacht? Ich habe drei PostgreSQL-Funktionen in PLPGSQL geschrieben, die mir, nachdem ich ein Name, Name.de, Intname und Name Englisch übergebe, da irgendwas Schlaues draus machen. Das gibt es für einen Place Name, für einen Street Name und dann, das ist dann typischerweise sowas, gibt es hier eine Tafel, ne, gibt es nicht. Ne, jetzt ist es mal aufgeschrieben. Also im Prinzip ein Ortsnamen in Klammer, der Ortsnamen der Originalsprache. Bei einer Straße noch abgekürzt, also ich kürze Gasse, Straße und solche Sachen ab. Ich mache das derzeit auf Englisch, Deutsch und mit Einschränkung auf Russisch. Ob ich da vollständig bin, müsste ich mich nochmal mit einem Native Speaker unterhalten. So, und bei der ganzen Implementierung ist es so, ich habe das zwar mit dem deutschen Kartenstil im Kopf gemacht, aber es ist so implementiert, dass es im Prinzip für jede Sprache, die mit lateinischen Schriftzeichen geschrieben wird, anwendbar ist. Also jetzt auf Französisch oder so wäre überhaupt kein Problem, das entsprechend zu konfigurieren. So, und jetzt kann man diese drei Funktionen noch hinter einer Datenbank-Sicht verstecken und dann sieht mein Renderer überhaupt nicht, dass da noch irgendwelcher magische Code dazwischen ist, der die Namenstrings entsprechend ausrechnet. So. Das ist die Entscheidungsfindung, die ich zurzeit verwende. Da kann man durchaus mal drüber diskutieren, ob man das vielleicht noch anders machen wollte. Das ist momentan so gemacht, dass man, also zunächst geht man einmal her und sagt, okay, wenn der Name in der Zielsprache, die ich anpeile, also in unserem Fall Name.de vorhanden ist, dann nehmen wir den. Da sind wir schon fertig. Im anderen Fall nehmen wir einen internationalen Namen. Gucken wir, wenn der nicht kein leerer String ist. Oder einen englischen Namen als Last Resort ist immer noch besser als irgendein nicht lateinisches Skript. So, und wenn alle diese Stricke reißen und der geschriebene Name jetzt auch noch in nicht-lateinisch ist, dann machen wir halt Transkription. So. Transkription versus Transliteration. Also im Prinzip, was ist Transkription, was ist Transliteration? Transliteration ist eine Umschrift von irgendeinem fremden Skript in Lateinisch, aber so, dass es umkehrbar ist. Transkription versus Transkription, was Transkription versucht, halt irgendwas Sprechbares zu machen. Also ich setze irgendwas um und ich versuche das vorzulesen und es klingt weitgehend chinesisch, japanisch oder sowas. Und also ist Transkription das, was wir eigentlich wollen. Dummerweise gibt es aber so wenige Transkriptionsbibliotheken, sondern nur Transliterationsbibliotheken. So. Das noch als ganz kurzen Einschub hier jetzt. Weil das sollte man so ein bisschen wissen, weil um zu sehen, bei welchen Sprachen kann es Probleme geben. Es gibt im Prinzip drei verschiedene Typen von Schriftsystemen. Es gibt die ganz normalen Alphabete. Das gekannteste Lateinisch, aber auch Griechisch, Kyrillisch, Arabisch sind Alphabete. Die sind in der Regel leicht transkribierbar. Klammer auf mit Einschränkungen, gerade bei Arabisch, komme ich später noch drauf, auf so einzelne Probleme. Es gibt Silbenschriften, die reine Silbenschrift, die gebräuchlich ist, zum Beispiel das Kana im Japanischen. Katakana und Hiragana. Und es gibt so logografische Schriftsysteme. Ein Logo bedeutet irgendein Begriff. Ist eigentlich nur noch das Chinesisch üblich da. Es gab noch mehrere in der Geschichte der Menschheit, aber die sind im Wesentlichen ausgestorben. Das heißt, die sind auch nicht mehr auf unserer Karte drauf. Und es gibt Mischformen. Also so diese ganzen südostasiatischen und indischen Sprachen sind so Mischformen zwischen Alphabeten und Silbenschriften und lassen sich aber in der Regel auch ganz gut transkribieren. So. Und jetzt habe ich mal drei Probleme rausgegriffen. Ich bin mir sicher, es gibt noch mehr als diese drei. Wenn jemand eins kennt, mich gerne mal drauf aufmerksam machen. Und vielleicht gibt es ja auch noch schlauere Lösungen wie die, die ich zum Teil implementiert habe. Also den ersten Punkt, da verweise ich jetzt auf das, was ich gerade erzählt habe. Bei der Transkription von den chinesischen Zeichen haben wir das Problem, wenn wir die jetzt transkribieren, dann kriegen wir da so eine Pseudo-Aussprache dabei raus. Und das ist standardmäßig diese handchinesische Aussprache. Jetzt verwenden aber die Japaner natürlich auch die chinesischen Schriftzeichen. Zusätzlich noch zu ihren zwei anderen Alphabeten. Das heißt, wenn ich da jetzt was transkribiere, dann kommt da nicht Tokio raus, sondern für Tokio kommt Dong Jing raus, was halt die Aussprache dieser beiden Zeichen, die Tokio bedeuten, auf chinesisch ist. Das heißt, das können wir so nicht lassen auf der Stelle. Und das habe ich implementiert, indem ich die Transliteration Geolocation Aware mache und sage, okay, wenn dieser Punkt, den wir da gerade transkribieren wollen, in Japan liegt, dann verhalte ich bitte anders, wie wenn er sonst irgendwo auf der Welt liegt. Das ist ein Problem jetzt bei der japanischen Schrägstrich chinesischen Schrift. Bei der Teilschrift haben wir ein Problem. Da nimmt eben meine Bibliothek diese ISO-Transliteration und die ist allgemein nicht üblich. Also im Land selber gibt es halt lateinisch beschriftete Straßenschilder. Und da steht was anderes drauf. Also da hätte man halt schon gern das, was auf den Straßenschildern draufsteht, auch in der Karte erscheint. Da gibt es einen Transkriptionsmechanismus, der weit verbreitet ist. Für den ist mir aber leider keine Bibliothek bekannt. Den könnte man da relativ leicht reinbauen. Und wir haben noch als drittes Fehlerproblem bei Arabisch und Hebräisch. werden kurze Vokale normalerweise nicht geschrieben, weil sich die aus dem Zusammenhang ergeben. Ein Mensch kann das natürlich raten beim Lesen. Aber ein Transkriptionsmechanismus, der kann das natürlich nicht raten. Das heißt, wenn der da irgendwie statt Tearan da so ein Tran rauskommt, ja, schwierig. Ist natürlich nur dann ein Problem, wenn der Name nicht auch zusätzlich auf Lateinisch erfasst ist. Wenn das der Fall ist, brauchen wir nicht transkribieren, dann haben wir das Problem nicht. Aber für den dritten Fall sehe ich eigentlich nicht wirklich eine Lösung. Da wäre vielleicht tatsächlich dieser Ansatz mit dem Wikidata mal zu überlegen, ob man da vielleicht noch auf eine andere externe Datenbank zurückgreifen kann oder so. So, was habe ich noch? Genau, wie habe ich die Transkription implementiert? Da gibt es International Components for Unicode. Das ist eine C++-Library. Da habe ich Glue-Code gebaut, dass diese Transliteration direkt in Postgres ansprechbar ist. Diese Any to Latin aus der IQ-Bibliothek. Und ortsabhängig, habe ich gerade eben schon gesagt. Für die chinesischen Zeichen verwende ich eben noch zusätzlich eine Transkriptions-Bibliothek, die diese Kanji-Zeichen umsetzen kann. Die heißt LibKakasi. Ist eine freie Bibliothek. Steht unter GPL. Ist in Debian Ubuntu mit drin. Kann man verwenden. Hat dummerweise den Nachteil, dass das API bloß in Japanisch dokumentiert ist. Aber ich habe so ein bisschen Quellcode gefunden. Und ich glaube, ich habe es halbwegs richtig benutzt. Und der Code ist jetzt so erweiterbar auf andere Schriftsysteme und Länder. Also wenn es jetzt noch andere coole Bibliotheken gibt, die ich so nicht kenne, dann könnte man die jetzt da relativ einfach noch einbauen. Und schriftsystemabhängige Verwendung von anderen Bibliotheken, wie das gerade beim TAI zum Beispiel, sind auch noch einfach da mit dazu zu bauen. So, jetzt kommen noch zwei andere Probleme, die sich noch ergeben haben, die jetzt so ein bisschen ein anderer Block sind. Man hat so ein bisschen ein Problem mit Schriftfonds, wenn man in einer Bezeichnung zum Beispiel jetzt eine deutsche Bezeichnung hat und in Klammer will man zum Beispiel noch einen chinesischen Namen schreiben. Es gibt eigentlich kaum Schriftfonds, die alle Unicode-Zeichen enthalten. Und die Renderer können es in der Regel nicht, dass sie den Schriftfond innerhalb von einem Label ändern. Und dieses Problem kann man dadurch lösen, dass der Renderer das halt vielleicht kann, dass man sagt, okay, für Chinesisch nimmst du bitte diesen Font und für Lateinisch nimmst du bitte diesen Font und dann mischst du die halt da drin. Oder man könnte es vielleicht auch dadurch lösen, dass mir ist das so ein bisschen vorgeschwebt, ich nehme mir da zehn Fonts her und baue mir so einen Riesen-Font und stopfe da alles rein. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wie man dieses Problem lösen könnte. Also so ein Map-Font zu bauen, wo halt alles einfach drin ist, das man braucht. So. Eine letzte Folie noch zu einem anderen Problem, das mit den politischen Problemen. Das hat auch schon auf der deutschen Mail, OpenStreetMap-Mailing-Liste vor einem Jahr oder wann das war, mal so ein bisschen eine Diskussion gegeben, von wegen, ja, ganz Polen hätte irgendwie da deutsche Namen dran und so. Und wie seht ihr denn das aus? Und das kann man doch so nicht lassen. Ist ein politisches Problem. Politische Probleme kann man nicht technisch lösen, zumindest meiner Meinung nach nicht. Ich hoffe, wir haben einen ganz guten Kompromiss gefunden, dass wir halt sagen, okay, wir schreiben deutschen Namen hin und schreiben den normalen Namen noch in Klammer. Ja, toll, ich habe meinen Strom nicht angeschlossen. Das gibt jetzt halt. Das war mir eigentlich klar, dass der nicht mehr reicht. Also es war sowieso die letzte oder vorletzte Folie, weil ich noch eine Vorführung machen will. Also grundsätzlich ist es so, dass man, glaube ich, dieses politische Problem nicht wirklich lösen kann. Ich denke, wenn man die, auf der anderen Seite ist das tatsächlich auch im Ausland so ein bisschen egal, weil die Leute wollen sich ja eigentlich keine deutsch lokalisierte Katte angucken, sondern sie wollen sich eigentlich die angucken, die in ihrer Sprache lokalisiert ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine, um die Beispiele zu nehmen, ehemalige deutsche Siedlungsgebiete in Polen oder so, wenn ich jetzt eine, ich könnte ja ganz problemlos mit dem gleichen Code eine Katte bauen, die polnisch lokalisiert ist und dann würde sich das Problem an der Stelle schon alleine lösen. Weil in der käme natürlich der polnische Name zuerst und dann ist die Klammerung auch raus. Und ich denke, das ist wahrscheinlich mehr so ein, macht ja Google auch so, Google rendert irgendwie Karten für verschiedene Länder, sogar mit verschiedenen Grenzen, weil dann in bestimmten Ländern irgendwie halt die Sicht von der Welt ein bisschen eine andere ist. Also da müsste man halt dann diese gleiche Mechanismus nehmen und müsste dann für die Zielländer halt mit der Zielsprache eingestellt, entsprechend nochmal darstellen. So, jetzt hoffe ich, dass ich meinen Rechner wieder hochgefahren habe. Ja, ja, jetzt warte mal kurz, jetzt müsste ich aber mal wieder meinen zweiten Monitor zuschalten. Hast du ein Signal? Ja, ich habe hier ein Signal. Ja, okay. Genau. Dann stelle ich das mal neu. Es ist dumm, dass ich jetzt das nochmal machen muss. Ja, günstiger Pech halt. Ja, günstiger Pech halt. Ja, ja, ich weiß, also es gibt noch eine, es ist auch nur noch eine Folie, soviel ich weiß, aber es gibt... Ja, ja, aber es ist kein Problem. So, jetzt habe ich mir halt drei Minuten selber gemachte Pause da. Ja, der Ausblick, genau. Der Ausblick habe ich noch, denn der ist dann schon noch wichtig. Wichtig Vorschläge aus dem Publikum ist eigentlich so das Wichtigste, was da drauf steht. Man könnte das mit der Schrift zu stehen irgendwie technisch lösen. Weitere Bibliotheken einbauen ist natürlich auch was, was man machen sollte, wenn es bessere gibt. Man kann die Transkription nach Ort auch nochmal weiter differenzieren und die Abkürzung für Sprache noch in weiteren Sprachen implementieren. So, jetzt habe ich noch ganz kurz für drei Minuten eine Vorführung sozusagen real-life-mäßig. So, ich mache mir mal einen Postgreif auf. Natürlich alles super vorbereitet und dann die Batterie leer. Also, ich mache mir einen Postgreif auf und guck mal, ich habe keine Extension. Okay. Dann brauche ich erst mal einen Postgreif. Aha. Wie gesagt, alles super vorbereitet. vorbereitet. So. Jetzt machen wir einen Postgres. Genau. Und jetzt mache ich noch und das funktioniert erst tatsächlich erst seit Sonntag meine eigene Extension. Okay. Streetmap Localization. Und das hat jetzt den Vorteil, ich muss nicht darum machen mit irgendwelchen PSQL-Files da reinlesen. Ich mache dieses Create Extension und dann kann ich und dann kann ich eben, wenn ich diese Extension gemacht habe, kann ich jetzt schon mal sowas eintippen. Moment, sowas da. Ich kann sowas da eintippen und kann also, wer die Zeichen kennt, das sind die beiden Zeichen für Tokio und man sieht, es kommt Dong Jing raus, also nicht das, was man will. Das, was ich also vorhin gezeigt habe. Und jetzt haben wir natürlich noch eine andere schlaue Transliterationsfunktion, die das Kanji-mäßig macht. Und dann kommt Tokio raus. Besser so, als das oben dran. In dem Fall ist es natürlich künstlich, weil das Tokio als deutscher Name steht natürlich an dem String, Ort String von Tokio dran. aber gerade für so kleinere Poys ist das absolut wichtig, dass da sowas dabei rauskommt. So, und dann habe ich jetzt natürlich noch die coolere Funktion, das ist nämlich meine Geo-Transliterate-Funktion. Die paste ich hier jetzt mal rein und wie man sieht, ich übergebe zusätzlich noch einen Punkt und wenn der Punkt in Japan ist, dann wird die japanische rausgenommen. Das heißt, ich nehme jetzt mal die japanischen Koordinaten rein und mache mal deutsche rein und dann nimmt er den Default und der Default ist halt chinesisch. So, und jetzt, ja genau, also jetzt werfe ich meine Extension wieder weg. Genau, und jetzt nehme ich mal meine andere Datenbank, wo ich noch ein paar OSM-Daten drin habe. dann kommt also das, was man da wirklich nehmen kann. Wenn man da mal guckt, jetzt Beispiel Karlsgasse in Prag. Wer es kennt, die Prager Altstadtgassen, Straßen haben alle deutsche Namen. International Name, Name English ist nicht gesetzt. Jetzt nehmen wir also zum Beispiel OpenStreetMap, getStreetName, meine Funktion. Und wie man sieht, kommt dann sowas raus, Karlsgasse abgekürzt in Klammer. Das heißt, das ist was, was griffig ist, das kann man so rendern. Und das Ganze gibt es also beim Straßen zum Abkürzen. Es gibt noch diese GetPlaceName-Funktion, die nicht abkürzt. Die wird es jetzt bei der Straße auch angewendet. Die ist jetzt eher für PlaceNames gedacht, wo man nicht abkürzen will. Da ist halt dieser Abkürzungsmechanismus nicht drin. Es gibt noch der Vollständigkeit halber gibt es da hinten noch so ein Boolean-Fleck, über den man festlegen kann, ob man es jetzt, was man jetzt in Klammer schreibt, entweder den Original-Name oder den deutschen Name. und dann kommt das halt so oben raus. Also das sind die Funktionen, die kann man schön hinter Datenbank-Views verstecken und damit kann man dann rendern. Das heißt, das Ganze ist völlig unabhängig jetzt von dem, was man an Renderer noch dahinter steckt. Okay, Fragen? Vielen Dank, Sven. Ich habe gleich mal eine Frage. Ich dachte immer, die Font Déjà-vu wäre angetreten, um alle Unicode-Zeichen abzudecken. Ist das dann nicht der Fall? Chinesische Zeichen sind da meines Wissens keine drin. Da sind so die gängigen Alphabete drin. Also Kyrillisch ist da drin, ja klar. Aber es gibt von Google so einen Ansatz, den man vielleicht künftig verwenden kann. Die haben diese No-Tofu von Star. Da gibt es auch ein Issue und der sich schon lange niemand mehr gekümmert hat beim internationalen Stil. Jetzt gibt es ja an einigen Orten in USM, also zum Beispiel in Südtirol, sind oft im Name Tag schon so verschiedene Sprachen mit Minuszeichen. Manchmal auch in Asien hat man das sogar mit Klammern. Hast du da irgendwelche schlaue Logik gebaut, die dann versucht, die sagt, dass das dann nicht irgendwie nachher fünfmal irgendwie da ist? Das gibt es. Also das ist, weil man möchte natürlich nicht irgendwie so geschachtelte Klammern oder zwei Namen in Klammern oder sowas haben auf der Karte. Wenn ein Name bereits eine Klammer enthält, dann halte ich mich komplett raus und renne da einfach nur Name. Und wenn der Name drin vorkommt in dem anderen Namen oder den 100% matcht, dann sehe ich ja, die sind gleich, sodass ich auch verhindere, dass ich sowas schreibe wie Name, Klammer auf, selber Name nochmal. Also da ist Logik drin, die so die gängigsten Sachen in die Richtung verhindert. Also das ist schon klar, wenn man da auf der Karte nochmal was findet, muss man da vielleicht nochmal ein bisschen Heuristik einbauen, die noch mehr solche Sachen verhindert. Aber da ist schon ein Code drin, der sowas verhindert. Sonst würde gerade so in so zweisprachigen Gegenden, so Südtiroler, da Teile der Schweiz, so jetzt Fribourg oder sowas, würde da komisches Zeug dabei rauskommen. Eine kurze Frage geht noch. Okay, ist eher eine Anmerkung zu dem Problem, dass die Renderer nicht verschiedene Fonts darstellen können. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, glaube aber, dass Mapnik 3 das kann. Okay. Allerdings ist es nicht in Kato. Da gibt es schon länger mal einen Pull-Request von einem Mitglied vom MapQuest OSM-Team, das es ja leider nicht mehr gibt. Das heißt, man müsste jetzt diesen Pull-Request nochmal neu beleben und das versuchen auch in Kato zu bringen. Dann wäre das wahrscheinlich möglich, dass man verschiedene Fonts in den Beschriftungen auch darstellen kann. Also mit dem müsste man mal rumexperimentieren. Was momentan implementiert ist, ist einfach nur ein Kompromiss. Ich gucke, ob das diese Alphabete sind, die in Déjà-vu drin sind und wenn es die sind, dann mache ich es. Im anderen Fall lasse ich halt das Geklammer der Notgedrungen weg. Also mit Russisch mache ich das. Da ist es kein Problem, da nehme ich normalerweise, also da nehme ich einfach beides, schreibe es in Klammer. Und da habe ich jetzt halt zum Beispiel auch, und deshalb muss ich das halt auch zwingend abkürzen, weil das wird einfach sonst, das trinkt zu lange, gerade bei den Straßen. Und deswegen mache ich halt einen deutschen Straßennamen, mache ich STM, bei Englischem mache ich ST. Und ich habe da eine Webseite gefunden, wie man Straßennamen auf Englisch abkürzen kann. Das habe ich im Prinzip implementiert. Und das ist Ulitsa, wie Straße auf Russisch heißt. Das kürze ich eben auch ab mit UL. Das macht Google auch so. Also an der Stelle kann man eben auch noch weitere Sachen implementieren. nochmals vielen Dank, Sven. Vielen Dank, Sven. Vielen Dank. Vielen Dank.